Willkommen und gut Licht! Und schon bin ich fast wieder weg. Ich möchte euch nicht mit technischen Details überfluten, sondern dazu anregen einfach eine Kamera zu nehmen, mit ihr loszuziehen, um Fotos zu machen. Den Blick schweifen lassen und sehen lernen ist das Ziel. Ich bin heute in der wundervollen Oder-Landschaft bei Libus unterwegs. Kommt mit! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020